So, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es ein WeCap von Pokemon Plasma Storm. Ich habe mir heute dazu die Deckbox geholt. 1 Euro. Bei Müller. Und ja, es waren 7 Booster. Also keine X oder so, das ist schade. Ja, ein halbwegs gesavedes Booster. Mal schnell Online-Codes wegmachen. Wartet. Ja, aber die sind jetzt ungeordnet. Also, wie wird das sonst wo? Du... Alter. Es geht jetzt nur so schnell durch. Dann haben wir schon ein paar Blödlösch. Also, das ist eine große Blödlösch. Ja, ich bin wirklich gerade vor allem auf dem Video. Dann schaffen wir schon mal die Blödlösch. Und jetzt sind wir ja noch ein bisschen. Und jetzt sind wir hier. Also, die Blödlösch. Und jetzt sind wir hier. Ach, Hypotoxin, da ist aber zweimal drin. Na vorn, im ersten Booster war dieses Apoqualypt Reverse und dieses Cleopatra Wear. Und dann im Booster direkt danach war Apoqualypt Reverse und Cleopatra. Jo, das fand ich schon lustig. Okay, also das war's mit diesem Video. Wer was braucht, der kann sich melden. Und ja, bis bald. Ciao.